Das ist er. Dein erster richtiger Arbeitstag bei Hornbach. Zusammen mit der Person, die alles weiß und deinen Namen nie vergisst. Deinem Chef. Und du weißt sofort, hier willst du bleiben und arbeiten. Mit ihm und mit ihr und mit ihnen. Hier fühlst du dich zu Hause. Was für ein Unternehmen, was für eine Familie. Schau dir das an. Einfach alles fürs Projekt. Ein Ort voller Möglichkeiten. Das ist ein Fundament. Hier startest du deine Karriere. Zusammen mit einem Baumarkt, der auch für deine Zukunft sorgt. Hornbach tut es für dich. Aber das Wichtigste ist, wenn du abends nach Hause kommst und jemand dich fragt, wie war dein Tag, wird das deine Antwort sein. Yippie ja ja, yippie yippie yay.